Lass mich doch noch aus einsammeln. Ja klar mach ich. Hast du so viel mehr Gold schon als ich? Hab ich gar nicht. Doch und viel mehr Lämmel. Also ich bin dafür... Nein. Sebi lügt. Alter lass dich mitkommen. Nein, vergiss es. Sebi grenzt mich auch sehr bockenlich. Haha, keiner liebt dich. Jetzt der liebt sich nicht, der Wolverine. Nein, 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 nein. Nimm das. Ja. Wie soll mit dem Schaden? Genau so, genau so, genau so. Hauptsache beide auf die Zahnsache. Also die unfindbare Truhe haben wir jetzt gefunden. Und es fehlt uns noch der legendäre Schatz. Ist der vielleicht am Ende? Du brauchst dann ein Feuer auf Skyländer, um dieses Tor zu öffnen. Ach ja stimmt, der legendäre Schatz. Warte, geht es hier normal lang? Äh, ja. Auf jeden Fall. Stufenaufstieg. Alter, heute hast du aber dein Stufenaufstieg. Ja, ich war ein Feuerskalender. Wenn wir es da wirklich rein, da war ja nichts. Ja gut, gehen wir rein. Ja, da war aber wirklich nichts. Ey, das Thema kriegen wir sowieso nicht mehr. Den T-Run. Den T-Run? Den T-Run. Ja, komm mal, lass mal einfach kurz reingehen. Einfach nur zur Sicherheit. Boah, heute schmiert es aber oft fast ab, ne? Also wir müssen uns schon ein bisschen zusammenreißen. Ooooooooh. Ömpel. Pömpelkapp. Der jute Schuss außer Dosen. In dieser Zone sind Skyländer des Feuer ist stärker. Der war ja eigentlich so. Der Lavakönig. Feuer von oben. Hatten wir auch schon. Von oben. Flammkobold, Tröppchen von oben. Bam, 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 no, 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 no. Stirb, 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 stirb. Alter, ich konnte, ich konnte nicht strahlen. Der ist weg. Wer? Der Typ. Ja, du hast ihn getötet. Alter, letztes Mal hingen wir doch ewig an dem. Ja, ja, wir sind stärker geworden. Ja, genau. Ja, kommt durchaus. Wir sind beide Level 1, aber wir sind viel stärker geworden. Da sieht man mal, die einen sind schon fast ausgelabelt, die Pflanzenviecher. Die sind noch gar nicht dran gewesen. Ja. Warte mal, hinter. Ne, okay. Und da drin ist definitiv, also bevor wir es jetzt machen, Alter, wir brauchen also nicht das ganz Rätsel wieder machen, weil dahinter echt nichts ist. Es dauert zu lange, brecht das bitte ab. Nein. Ich bin dafür, alle mal ein Downvote für, äh, ein Downvote. Ein Downvote. Ein Downvote. Ein Downvote für Sebi, weil der hier die Zeit vollstreckt und so. Streckt hier mal jemand die Zeit. Was? Okay, das war seit langem der sinnfreieste Satz, den wir gebracht haben. Ja, und jetzt? Und jetzt hängst du da, ne? Hast schon wieder keine Ahnung was zu tun, sagst du? Was? Doch. Das ist voll falsch. Hä? Gibst du, du willst du deine Schmach vom letzten Mal suchen machen. Haha, wieder dich trollt. Oh. Hä? Hä? Äh. So. Ja, nein. Jetzt, du müsstest eigentlich so einen schwarzen. Irgendwie. Hä? Was hast du dich gemacht? Äh. Was? Das bin ich dann gar nicht. Doch! Warum hast du denn den Indus schon eingesammelt? Was hast du schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. 28. Ausgezeichnet. Okay. Nö. So, das waren jetzt 15 Sekunden Zeitstrecken ungefähr. 15 Sekunden? Das war schnell. Das waren fast zwei Minuten. Hä? Wo ist mehr viel hin? Ach da. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine Folge. Ja, also wenn wir jetzt alle nehmen. Serious. Ja. Wo, wo. Happy Trigger, yes. Das Ja. Der Technologie independen im Sterben. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm... Bäm, 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 bäm... Wie sind wir daran vorbeigelaufen? Jetzt haben wir 4 von 4 Wir legen den Schatz doch 100% irgendwo am Ende, wo man so durchwascht Wo ich das Hunger habe in die Wien zu laufen Guck mal! Wow, hier Bombe! Hier ist wieder mein... Gut gemacht! Jetzt können wir das Mienenfeld durchqueren! Das könnten wir! Wenn Sibi uns nicht in die Scheiße reitet So wie Basti letzte Runde Fusion! Und du willst all die Map würde mir nichts sagen? Nein, echt nicht! Unzunzunz, baby! Unzunzunz! Lalalala! Also hier war nur der Schatz, ne? Warte, komm mal kurz Vielleicht kann man von mir aus noch wo weiter hin? Hast du ein Stück näher kommen? Ne, ok, hier sieht es schlecht aus Rum! Alter, der muss doch hier irgendwo sein Das gibt es doch gar nicht Ach stimmt! Wir gehen auf einmal! Ja, legelärer Schatz! Danke, wir wollen schon links! Lalal! Oder wir müssen uns da durchsprengen, vielleicht nach links Komm mal ein Stück zurück! Lass mal, wenn man zurückgeht Der Timerun ist eh ne... Ah, wir müssen noch einmal lebend hier durchkommen, ne? Äh, warum? Weil ich letztes Mal auch abgeklackt bin In dem Level hier? Ja! Das wird die Bomben geschmissen, du Vollidiot! Wieso? Ja, stimmt! Ich seh da links auch nichts Ich schwör's dir, ne? Ja, da links ist nichts Lass uns nochmal ein Stück zurückgehen einfach In die Richtung... Nein! Was machst du da? Achso! Ah! Das ist natürlich sehr freundlich Das erklärt uns schon nicht alles, ne? Du! Sag mir, wo der Legenderer Schatz ist! Sag der nicht! Er ist verschwiegen Bitte lass uns erstmal den Erfolg holen, dass wir hier durchgekommen sind ohne zu abzuprägen Ja, und den letzten Schatz Und das, äh... Alter, mein Charakter bleibt ab und zu so hängen Als er nur noch zu Fuß gehen wollte Ist dein Joystick vielleicht noch gut? Nein! Ihr habt jetzt so viele Let's Plays durchgehalten So viele Lebensjahre Das X markiert die Stelle Echt? Nein! Wir haben den legendären Schatz! Stimmt! Wo haben wir den eingesammelt? Jetzt fehlt nur noch diese eine Hut und das Speedrun Ja, machen wir jetzt zusammen Okay, da haben wir uns beide irgendwie gegenseitig ein bisschen getrollt Ich hätte ja auch gedacht, wir hätten den legendären Schatz nicht Vielleicht war die Truhe der legendäre Schatz Wir wussten es nicht Okay Dann, okay, wird sie nochmal Versuch nochmal Falscher Knopf Versuch Nummer 3 Alle guten Dinge sind 10,80 Millionen 31,30 Das Mikrofon sagt schon wieder ab Warte, so Alter, wo Sack das tatsächlich heiß ist Interessiert kann Ja, ich wechsle schon mal Ja, ich wechsle jetzt auch schon mal Ob ich unter dem Meerfeld so durchkomme Genau Spitz Was für lustig, ne? Bah, dann Bum 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 Wenn du Glück hast, triffst du dann nur eine einzige Bühne Schlecht Guck Der Weg war bestimmt der Einfachung Ich hab keine Ahnung Nur eine Richtung gesagt So, jetzt gehst du nochmal nach rechts Und nochmal nach rechts Da mach ich so ein Dings noch Mit zwölf Das sind wir eben Oh Heee Da Da Ja, das sind Nein Du Nein Was hab ich jetzt? Einfach ignorieren Die wollen nur spielen Und wollen selbst da nichts tun Wenn sie können Ähm Ja Links Rechts 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 Link Ähm 2 mal links Und dann 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 links Ich glaube, wir haben neu Das ist kein ausgezeichnet Was glaube ich 8 Perfekt Perfekt Und wir werden los Also wenn man das Spiel zum 80. Mal spielt Irgendwann hat man's drauf Oh, diese Scheiben teils hat voller Komm weiter Einfach nur rein Wollte mal Ich wollte mal Ich wollte mal Ich wollte mal eins ins Gesicht geben Und dann hier Ich bock das Ja, klar Alter Hast du einen harten Schwanz Stufenaufstieg So, das war's Ja, das war's Komm, 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 komm Achso Ich glaube, das Lagerhaus liegt in dieser Richtung No one cares Nur Mutsnack Oh, gut, wir haben geportet Ja, deswegen ja Ich wollte ein bisschen speeden Du brauchst einen Lebens- Wir brauchen nur einen Lebensgalender Bleib einfach direkt drauf Das ist für's zur Zeit Mit der bin ich auch relativ schnell Dürfte ich mich noch bewegen? Also wir müssen jetzt erstmal Nach hier Stopp Hier sind auch die zwei Schlüssel, oder nicht? Hier rein Ja, genau Jetzt müssen wir den nehmen Stopp Und den hier Genau Jetzt soll Nein, 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 nein Komm mit Ich glaube, es ist so richtig Da ran Sicher? Ich meine schon Fuck Da sind es noch einer Zählt das zur Spielzeit? Ich hoffe nicht Und sonst haben wir hoffentlich 20 Minuten für das Levelzeit Links, links, links Ja Komm Du blöd, Mann Rechts Also diese Rätsel Ich weiß auch nicht, also irgendwie Das könnte auch perfekt sein Was für Züge? Irgendwann hat man es ja, ne? Man muss was da machen Warte Genau, hier sind es zwei Dann komm Jetzt haben wir aber Oh Mensch Nein, nein, nein Doch Nein, hier ist falsch Hier ist falsch, wo du bist Oh ja, stimmt Hier ist einer rein Ich kann nicht Steckst du ihn rein? Ja Steck rein Du stehst vor dem Loch, ich kann nicht Achso So Und nochmal Na ja Das Schlimme ist, wir brauchen noch alle vier Kartenteile, ne? Na ja Nein 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 Und Da 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 Ich Da Kommt Achso Ich würde mich nicht mehr reden Okay Ich würde gerne durch die Tür Achso Ich glaube, wir müssen die töten, oder? ja das nicht das war ja gar kein problem wie kopfschule ist war schon mal das rätsel in der zeit tötig ich habe ich zurück du hast b gedrückt ich habe nichts gedrückt doch ich greife mit examen sich drücken ja genau das kann man gar nicht beschreiben ich glaube das ist ein zuschauer sehr sehr nervig einfach was ich weiß nicht was du meinst ja bin doch schon dabei ja meine will nicht schieben ja ich will hier lang ich wollte eigentlich da lang also viele köche verwerben den prall ich weiß nicht wo du hinläufst den hier nach oben schieben so und jetzt folgt uns leider rechts lang ja wenn das nachher zur spielzeit den speaker machen aber wenn das jetzt wirklich zählt es muss ja um die schaffbar sein für sechsjährige schläft jetzt schon dahinter ein ganz zwölf ausgezeichnet ja perfekt in dieser zone sind skylander des lebens lebens stärker vorbei da brauchst du ein feuer skylander um dieses tor zu öffnen ja der ließ mich nicht durch ja 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 Vielen Dank.